Herzlich Willkommen bei Autohaus Wismann. Sie sehen hier einen wunderschönen Ford Fiesta Titanium mit guter Ausstattung und Möglichkeit der Flatrate. Das Fahrzeug verfügt über einen 1,4 Liter Motor, 71 kW bzw. 96 PS, Schadstoffarm Euro 5. Zu Ihrer Unterhaltung bietet die ESA Fiesta ein Radio CD mit großem Display, mit USB und AUX Anschluss. Ein Bluetooth Freisprecher verbindet Ihr Handy drahtlos mit dem Auto. Mittels Sprachsteuerung können Sie diese Funktionen auch per Sprache steuern. Seine besondere Note erhält der Titanium im Außenbereich durch schickes Chrom-Dekor, Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Scheiben hinten und die Sonderlackierung hat Magenta. Im Innenraum gibt es wunderschöne schwarz-auberginefarbene Polster, Lederlenkrad und Fußmatten. Die Komfortausstattung bietet eine automatische Klimaanlage, Zentralverriegelung und Fernbedienung, elektrische Fensterheber, Kopfstützen hinten dreifach, Bordcomputer, Tempomat und elektrische Spiegel. Für Ihre Sicherheit stehen ABS und 5 Airbag bereit. Besuchen Sie uns in Kirchheim-Bohlanden, gerne auch samstags bis 17.30 Uhr.